um es ist e ich will als Felser nie Ah! Du wirst erstens das ist das auf Normal? Ich habe die ersten vier Waves für ihn alleine in... als Berserker auf Level 1 gemacht! Guck mal jetzt... BAM! Ach, die Mehrfassung noch gar nicht viel, ne? Nein Guck mal das gleiche hier wie im Keller aussieht, voll brutal I believe I can fly Guck mal hier, boah, voll alt Boah, das richtige Sadomado-Studio hier Guck mal hier Musst du auch mich für den ersten Mal wieder einspielen Boah, Alter, ey, das sieht so brutal aus hier, Alter Du sollst dich auch wie bei uns zu Hause, ne? Hä? Auf jeden Fall Haha, ha 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 Verweiße Boah, man, aber was für mich Boah, man, aber was für mich Faham Time is almost up Wie? Wie, Alter? Ich wusste nicht, äh, Platz Was ist denn da? LOL Was war das? Für Achievement? Ich glaub Hä? Ja, eigentlich nicht Wir waren immer hier so draußen, da vorne auf der großen Fläche, da weißt du Ich hab sagte Okay Das stimmt, da gibt's ein Achievement, äh Let's, äh, search all items Needs is Achievement Boah Waaah Ob das schon Guide gibt, bestimmt nicht, ne? Ich muss gucken Let's call that your warm up Na cool, ne? Bewe Ich wusste gar nicht, dass es so was hier gibt Also ich hatte das halt in der Tieflung gesehen, irgendwann mit Items Sammle alle Items, aber Ich dachte erst die meinten so What the fuck hab ich mir ja schon, ey Äh, aber ich dachte irgendwie die meinten so die Waffen immer so alle nach und nach aufnehmen, weißt du so Hm? Ich hab halt Items mäßig Aber die Sunny Pistole ist schon mal gut, ey Hier ist ein schönes Laser Visier drauf Oh man, da haben wir schon fast geschafft hier, was? Ja Oh man, da haben wir schon fast geschafft hier, was? Ey du Arsch Tch Tch Tana Na okay, ich lasse nach der... des Dinges des Bessirka gedacht Hä? Wo lange? Achter Ich war jetzt auch verwirrt Waaah Baaah Oder blöd Genau Und Dann Und Zwei Hinten und Unsinn Hinten Wann ist sie denn da hinten rum? Ohhhhhhh, muss ich aufnehmen, verkaufen, ohhhhhhh Hallo? Wird doch gleich. Mann. Verkaufen. Doch, hör. Vielleicht nur die Map mal reinkommen oder auch noch eine andere? Äh ne ne, erstmal nur die. Die Tage kommen dann halt zwei neue Maps. Äh, zwei neue Charaktere. Und die Gore-Effekte werden vergessen. Ich würde so gestern mitgehen. Boah, kommt nur einer schon hier. Ja. Beim ersten Tabaret. Äh. Das Geräusch ist nicht vor sich und so. Oh. Ding, ding, ding. Das ist Siren. Ahhhhhhh. Hinter dir. Boah, mach drauf. Boah. Boah. Ich weiß nicht, was wir da rein kommen, ey. Boah. Jao, ich bin auch jetzt nur außer Form und so. Most voll schnell beim Ame. Ah, jetzt hat Juni einfach einen zu schießen, ey. Katana, ey. Das, oh, das Katana wird auch bald Standardrüstung für den Berserker. Ja, ja. Also das wird dann kaufbar sein, weißt du? Und dann ist das halt nicht kaufbar. Fiel ein bisschen schade, ey. Hast du da eine Spiegel gesehen und bei der E3? Ja, da eine, so viele, ne? Hast du da eine Spiegel gesehen? Okay. Ja. Ja. Wo du, ähm, wo du ein Samurai spielen kannst, so im Krieg auch. So ein Bikinger war da, glaube ich, Samurai und dann, boah, sah da noch richtig gut aus, ey. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß, welches Spiel du meinst, aber ich weiß gerade nicht, ob du das wirklich meinst. Also, keine Ahnung. Oh, ich lebe mich ins Bett hier, ey. Ja, nochmal. Und, ähm, da spielt es auch so ein Team, ich glaube, die Leute oder so. Also, 5 gegen 5 gegen 5, dann. Ja, ja. Und halt NPCs, die auch sich gegenseitig bekämpfen und so weiter. Und musst auch so Flaggen einnehmen und so weiter. Das ist doch cool, oder was? Das sag ich dir gleich mal. Wie heißt denn das Spiel? Kalash? Kann ich dir gerade nicht sagen. Wo seid ihr? Da, wo wir gerade waren. Also, ich. Wo die Teufel-State ist. Ich habe Angst vor so Heufeln, ich bin ich. Woller Arm. Nein, ich habe Angst. Oh, die Zyra hat keinen Kopf mehr, man läuft durch die Gegend, guck. Oh, die Teufel-State ist wieder abrir. Oh, die Teufel-State ist wieder AG. Oh, die Teufel-State ist wieder neun. Aber mir geht das wieder richtig ab hier, ey. Oh, die Scheiße! Ennoo Boah, block mich nicht Wo ist er? Der Andere Help us, hier ist Greg Outside Boah, schuld beinahe für das Snack das sind bewegung bleiben hinter uns er hat sich verledigt also bis oben ohne schutzwister schutz und ich hab voll willst du die haben ja egal ich mir sagen hat man nur ein prozent gebracht aber egal so einfach drauf also siehst du die alte Pussyh hatte keine Chance hier das ist vielleicht mal eine andere Tübe da kommt sie dann raus und rein der will doch gar nicht mit uns mit wenigsten uns zu tun haben wir ich wär so gerne eine Arschgesicht ja hallo was los aber ohne scheiß ne die Spielerzahl die ist irgendwie voll runter gegangen ja ja weißt du damals da waren alle Server immer voll ne mhm das sind meistens immer so so zwischen ja wie soll ich das sagen ein paar Server sind wenn überhaupt mal so irgendwie dann so fünf Spieler drauf so ungefähr auf acht Server nur so wenn halt überhaupt so fünf Spieler ja 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 die ja rein ihn kackladen wir müssen ja wenn dann die ganze Wohnung hier ääh renovieren Bisschen streichen. Die Musik passt voll zu viel, finde ich. Einfach reinballern, ey. Wie gefällt dir den Maps bis jetzt? Also ich finde es sehr cool. Unüberschaubar. Unübersichtlich, meinst du? Genau. Ach, man muss hier dann reinkommen, sag ich mal. Aber es gibt hier halt viele Stellen, man kann nach draußen, man kann drinnen bleiben, man kann im Keller. Oh. Die Waffe ist voll gut, ey. Now, dann hab ich nicht mehr morgens in dem Klischverbot. Wenn du das mit dem Sensitanns Dorf bist. Jetzt ist der Mann und der Mann und der Mann. Oh, das waren die Waffe. Wie ich mir das mit dem Knob mit dem Knoblauch کرet, ich habe das mit dem Knoblauch. Und das sind die Michael Klatel-Klatel-Klatel-Klatel-Klatel. Aber ich habe mich nie mehr zu tun, weil wir das mit dem Knoblauch in dem Knoblauch an Ich finde ihn jetzt wohl mal schön. Okay.